Google Maps will mich in zwei Kilometer rausschmeißen, aber hier Richtung Flughafen. Ja, ja, hier, äh, mein Navi will mich auch rausschmeißen hier Richtung Flughafen. Was machen wir durch die Stadt? Was geht's? Ich weiß nicht, ich fahr einfach Alex hinterher. Ja, aber der Mann wird aber richtig alles gehalten, was ist von der Alex her? Jetzt habt ihr euch gegenseitig gebügelt. Einfach Alex, ich erheb, dass Navi meine Flughafen will und zum Flughafen bringt, damit wir nur noch können. Oh ja, wo fliegen wir denn hin, Alex? Hier. Also drei Wochen Türkei, da seh ich mich ja, ne? Ja, das würde ich mitmachen. Wollen wir es versuchen, Mädels? Wollen wir hier runterfahren? Ich fahr euch hinterher. Ja, jetzt muss ich sehen, dass ich hinten an dir dran bleibe. Na ja, so schwer es jetzt Hamburg nicht, Reinhardt, da wirst du schon nicht verfahren. Doch, für mich ist das schwer. Für mich ist das schwer. Ach, eigentlich nur noch Reinhardt, nachher. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir durch Hamburg durchkommen waren. Ja, ich hab da noch so meine Zweifel, ne? Aber wir versuchen es. Ja. Auf jeden Fall kann uns nachher keiner sagen, ihr habt euch mit Absicht ins Stau gestellt. Jo, Zündung. Und ja, Reinhardt, du hast recht, du kannst eigentlich auch links rumfahren, ja. Mädels, ich muss jetzt ein bisschen konzentrierter sein, nicht böse sein, wenn ich jetzt nicht... Tja, wo kämen wir denn jetzt drauf? Wenn ich jetzt nicht so, äh, auf euch eingehen kann, ne? Das ist eine Jacke wie Hose, die steht noch bis ausbogen. Reinhardt verfährt sich und hat die Reeperbahn vor sich und macht da Feierabend. Wie am Ende der Straße eine Vollsperrung. Ja, kannst du dieses Stückchen, äh, wenigstens fahren oder nicht? Alles gut, alles gut. Wir mögen dich, wir lieben dich. Wir mögen dich, wir lieben dich. Reinhardt hat schon wieder Panik, Alter. Können wir hier quer durch die Wohngebiete ballern, das geht auch. Das haben wir schon mal gemacht. Das haben wir schon mal gemacht. Na, super. Das hat gerade jemand bei mir in den Chat geschrieben, das hier gesperrt ist, Alter. Hätten wir doch links rumfahren sollen. Naja, egal. Ja, und links tun wir nicht. Sehr gut. Äh, wenn wir rum? Also ich kann doch drehen. Wie hier steht das? Wir können reichseln, aber das geht doch gar nicht, was? Guck mal rein, ob das passt. Nee, das passt nicht. Ja, die Umleitung ist aber für 7,5 Tonnen gesperrt. Ja, jetzt fahren die aber erst mal, jetzt komme ich nicht rum. Lässt der Bus mich? Ja, der Bus ist ein guter. Warte, Alex, wir kommen. Ja, wir haben Carsten verloren. Als ob wir Carsten verlieren. Ja, Carsten verloren. Ja. Oh, jetzt habe ich auch Rot. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe gelogen. Ich habe grüner Pfeil. Hecki, wir sind in Hamburg. Ich sehe beide nicht gerade. Nee, ich schaffe mal nicht. Aber wir machen langsam. Reinhard, wir haben hier auch Rot gerade. Ja, im Moment geht nichts, da muss doch Vollgas. Ich habe doch zum Autos vor, hier Träger will. Hamburg meine Träger, ja, genau. Warte drauf, Reinhard, der fängt gleich an zu weinen. Das kann passieren. Wir sind gar nicht abgebogen, einfach geradeaus, an der Star-Tanke vorbei und so, bla bla bla. Ich würde hier gerne mal an meinem Tee sippen, aber ich glaube, das geht hier nicht. Die Stadtrundfahrt ist total hoch erotisch. Wir werden aber trotzdem noch ein bisschen was vom Stau mitnehmen, da kommen wir nicht drum rum. Hältst du deine Spur, du kleiner, netter Verkehrsteilnehmer? Junge, das bist du. Nein, ich sehe sie aktuell nicht. Gleich kommt Monte vorbei. Auch wenn das Monte ist, ja, wenn er keinen Kaffee mit hat, kann er sich auch gleich wieder verpissen. Kriegen wir doch easy hin. Sehen wir jemanden mit hier, oder? Ja, also nur halbnackt, der 18-Jährige, bitte. Leo. Der Dragon Hunter, danke für deine 100 Bits. Habt ihr jetzt echt einen Hype-Train gemacht? Jetzt müssen wir, bevor sie es halber die Türen verriegeln, sonst sind die hier gleich alle eingestiegen. Oh, da kommt ein Bus, wir müssen weiter. Oder auch nicht, warte, der zieht durch. Unifast 22 ist jetzt Beifahrer. Alter, er macht einfach, er macht einfach auf der Straße die Türen auf, wie geil ist er denn, alter. Geiler Busfahrer. Alter, der ist ja cool. Ponylein hat Jeff die Kohle geklaut. Moin, ihr Stauernfahrer. Ich hab keine Ahnung, ich seh die immer noch nicht. Nö. Reinhard? Ja. Ah, ihr seid also noch da. Ja, wir stehen mal wieder nach unten ab. Ich komme immer nur drei Autos drüber. Ah, ich glaube, da hinten könnte ich Reinhard sehen. Ja, ich weiß auch noch nicht, wo ich bin, aber egal. Da steht ein Schild, Elbbrücken. Da wollen wir mal Richtung Elbbrücken fahren, ne? Ja, du stehst jetzt an der Ampel, ne? Ja, der Lippertsäule hier. Und wo, hier ist ein anderer Lkw? Ja. Ja, dann siehst du uns doch auch an der Bushaltestelle stehen mit Warmlinganlage. Ja, das bist du da vorne. Ja, ich hab dich gesehen. Ich hab den Schriftzug weg gesehen. Ja, siehste. Und wo ist Carsten jetzt abgeblieben? Ich weiß nicht, den hab ich irgendwann in der Kreuzung verloren. Hat er auch rot gehabt und dann war er weg. Aber vielleicht ist er 150, 200 Meter hinter mir. Ich bin nur bei uns, dass ich gerade ihn und hätte mir immer Vorzeit verheult. Da war Carsten. Ah, Carsten ist auch noch da, okay. Aber keine Ahnung, wo ich hier in der Lkw des Rollseins bin. Wir sind einfach immer nur geradeaus gefahren. Der U42 gefolgt und jetzt U44. Der U42 gefolgt und jetzt U44. Was ist los, Alter? Hier kommen nur Busse, Alter. Lob, komm. Ja, wir haben grün bekommen. Platz fahren. So. Genau, wir wurden von Bussen umzingelt gerade, ja. Ah, guck mal. Siehste, wenn ich den höre, dann kann er nicht so weit weg sein, weil meine Funke scheiße ist. Nein, das ist auch nichts klar. Naja, aber ich höre dich. Aber die Brücke sah gerade ein bisschen niedrig aus, war aber anzupassen. Ach, da bist du schon. Ja, da stand vier Meter dran. Dann bist du ja direkt hinter uns. Da müsste Carsten jetzt noch rankommen hier, ne? Dies sehe ich noch nicht. Hat er hoffentlich noch gehört, dass ich gesagt habe, wir sind nur geradeaus gefahren. Aber Alex, wir fahren hier noch nicht rauf, ne? Wir fahren eine weiter, ne? Ah, okay, genau. Ich wollte nur sicher gehen. Oha, ja, da steht wirklich alles. Junge, Junge, Junge. Also, äh, 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 geradeaus, ne? Reinhard, geradeaus. Ja, genau, da kommt gleich eine Autobahn-Auffahrt, da fährst du nicht rauf. Immer geradeaus, immer geradeaus. Ja, dann über die Fähre. Ja, wir fahren Glückstadt-Wischhafen, das ist eine gute Idee. So, Reinhard, wenn du das Schild Arena siehst, da biegst du dann rechts ab. Hallo, ich hab dich, ich bin wieder hinten dran. Ah, okay. Komm mal, Reinhard, lass uns hier stehen und auf Carsten warten. Warten wir kurz auf Carsten, oder? Ja. Ich glaube das, Carsten. Seht ihr das? Also, auf der Autobahn, ihr seht das gleich, äh, da ist immer noch Stau, Stau und Ende. Carsten ist wieder weg. Ist ja doch Richtung Reeperbahn abgedreht. Also Google Maps hat hier eine rote Fahrbahn eingezeichnet. Ja, ja, wegen der, ich glaube da hinten ist eine Baustelle, wenn ich mich recht entsinne. New Stadt, danke schön. Ja, ich höre. Also, wie ist dein Tipp für die nächsten 700 Meter eine Stunde oder anderthalb, bis wir auf der Autobahn sind? Also, ich sage, wir brauchen jetzt bis auf die Autobahn eine Stunde. Schätze ich auch noch ungefähr. Nee, das passiert nicht so oft, dass wir durch Hamburg fahren. Ja, mein Kater ist auch da, wo ich bin. Wenn ich keine Katzenhaare an mir habe, bin ich auch nicht angezogen. So einfach ist das. Bei mir ist es umgekehrt. 80% Katzenhaare, 20% Baumwolle. Fährst du mal? Junge. Wenn die Zeit voll ist, werden wir abgeholt? Nee. Bevor die Zeit rum ist, sind wir wieder auf dem Rückweg. Boah, also dieser Pkw-Fahrer, Alter. Fahr doch mal, Mann. Oh, ich hasse den jetzt schon, Alter. Er fährt einfach nicht, ne? Junge. Junge. Natürlich fummelt der am Handy rum. Was ein Lappen, Alter. Alex, wie kommen wir denn gleich auf die andere Seite? Jo, irgendwie. Irgendwie ist auch geil. Ich würde Motor ausstellen, nach Hause gehen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Stress essen, ja, genau. Umaru, du verrückter Hund, Alter. Dankeschön für deine 12 Verschenkensabs. 12 Abos raus. Dankeschön, danke, danke, danke. Ja, wir müssen doch da rüber, Alex, oder nicht? Ja, geht gleich los. Ich ziehe schon mal rüber hier, guck. Okay, dein Wort in Gottes Gehörgang, Alter. Ja, toll, ich hab's schon wieder rot, Alter. Wieso hast du so viel Glück? Alter, hier geht nichts mehr, hier ist absolutes Chaos, Alter. Hier geht gar nichts mehr. Richtung Kiel ist freier, ne? Das ist hoch. Ja, aber wie kann's mit dir los? Ja, wenn du oben drin willst, ist das die Chance. So, schau mal hin. Alles macht Spaß. gleich geht es los okay ich habe grün jetzt gerade aktuell und ich soll an ihr vorbeiziehen alter gerade geschnitten worden alter jucke ich komme an hier vorbei ich komme an hier vorbei das geht so die hose alter alex was machen wir hier los was denn okay du bleibst jetzt stehen ist wirklich alle drei ok nice alex dankeschön guck mal da steht da da alex macht erstmal hamburg zu damit wir vorbeikommen junge jorge 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 genau hafencam warte mal seht ihr seht ihr das hafencam was da los ist seht ihr das ja tik tok wird dir der arsch rasiert ja ja safe ok jetzt kommen wir nicht weiter weil ampelrot da seht ihr das auf die autobahn wollen wir so jetzt ist zwar die kreuzung dicht aber scheiße der hund drauf weil da vier lkw sind die stadtfahrt ist nach wo ich schnau ja wir sind schuld so alex kommt jetzt alex steht immer noch da ne alex steht immer noch da vielleicht sieht ihr das ne jetzt sieht ihr nicht ne ne schade so alex jetzt kommst du aber durch oder hat er vor uns kein licht an so jetzt ist die frage wie viel hat das gebracht nicht auf die autobahn zu fahren wahrscheinlich gar nix ne ja meinst du ok Ja, ich schätze, auch mal plus 20 Minuten. Ja, ich schätze, auch mal kurz. Ja, aber Bernie ist einiges wieder losgefahren. Ja, wir haben aber auch zweimal angehalten in Hamburg. Ja, der eine von Jürgen Schneider steht da auch noch. Ja, das scheint da wieder loszugehen, ja. Hier noch mehr mit Zwangspause. Junge, 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 ganz viele. Du ahnst es nicht. Alter, was hier rumsteht. Oh, Junge, fährt er mir fast in die Seite, der Lampen. So, einmal Hafen, Ramontik. Geh das, ich auch nicht. Und da, was hier rumsteht, was hier rumsteht. Gleich mal ne Kerze anmachen, ja. Ja, Blaulicht an der Ausfahrt, weil das so. Auf beiden Seiten. Äh, nee. Das ist ja das, das ist der Grund, warum wir so lange im Stau standen. Trecker-Demo und so. Aber da unten steht halt einfach alles voll, Alter. Alles voll. Junge, Junge, Junge.